Und hier ein bisschen zuschneiden. Manuel, ist der am Handy chillender Boss? Ich warte bis die ganzen, äh... So. Genau. Bruder, du musst zuschauen. Es klingt mehr nach Dramatik. Rote Lippen wie ein Rosengarten, spiegeln sich im Ziffernblatt der Chronografen. Zwischen Drogen, Hochhäusern und Modemarken, verbrenn mein Geh-Waggon, es war kein Motorschaden. Es ist, also, er ist eingestiegen und hat so kurz ein Preview gemacht von allem so, was davor passiert ist. Weißt du, ich mein, so ganz schön. Das ist eine Zusammenfassung. Deine Augenfarbe grün, meine braun, ja, du weißt, dass ich lüge, doch du musst mir vertrauen. Ich bin sehr verletzlich, dein Herz zerbrechlich. Unser Blut auf dem Perser Teppich. Gib ihn kick down, ich halt an der Shell. Baby, Baby. Sie sagt, Habibi, du fährst zu schnell. Baby, Baby. Dieses Baby klingt richtig süß, als ob es so ein Marokkaner gesagt hat. Ja, ja. Baby, Baby. Er wollte eigentlich Baybach sagen, aber so. Baby. Ich würd dich nie verlassen, nicht für 10 Millionen. Aber hörst du seine Stimme? Sie war schon rau am Anfang, Bruder. Aber die ist einfach viel rauer geworden. Ja. Es ist, ich glaub, der Bruder... Raucht, Bruder. Raucht ein bisschen. Die Augen lügen nicht, Chico. Da liegt weiß schon wieder. Ich zieh eins schon wieder. Und du weinst schon wieder. Ra. Ich hab dir versprochen, dass ich nie mehr zieh. Baby. Baby, Baby. Doch du siehst, ich bin wieder nicht clean. Baby. Ja. Okay. Also, schau mal. Das Ding ist, Bruder, ich... Also, ich... Ich würde jetzt was sagen. Und dann werden Leute sagen, ich sage es einfach nur aus Prinzip. Aber ich werde es deshalb nicht sagen, okay? So, ich werde es nicht sagen, weil wir haben... Nämlich in dem Track ein Thema, was wir davor noch nie gehört haben. Und das Ding ist, es ist gut. Alhamdulillah. Nein, wir müssen einfach weiterhören. Ich mach... Okay. Weißt du was? Weißt du was am besten ist? Wir lenken ab. Wir machen so eine Show. So, ich hab ein Video gesehen, wo er erklärt hat, dass Catalea eigentlich nicht Catalea heißt. Ist das nicht krass? Er meinte, er hat so einen Film gesehen und da hieß die Dame Catalea und die war krass. Und er hat dann so aus Inspiration über seine eigene Freundin so einen Song gemacht. Die gibt es zwar wirklich, aber sie heißt nicht Catalea, okay? Aus dem Film Colombianer stammt der Dame. Was ein geiler Funfact. Siehst du jetzt den Zuschauer unterhalten und die haben nichts dazu gesagt. Baby, du hast es nicht verdient. Du sagst, dass du mich hast, doch ich weiß, dass du mich liebst. Baby, du hast es nicht verdient. Doch ich weiß, dass du mich liebst. Baby, es ist kalt draußen. Jeden Tag verbrenne ich 2000. Kann ich nur den Chat sehen? Weil ich fühle mich unwohl. Also ich will nur ein bisschen so, bis mein Handy wieder da ist, Bro. Ich wusste gar nicht, dass man sowas bei iPhone machen kann. Wild. Der sich mit dem iPhone auskennt, der Boss. Wild. Okay. Ich wollte nur schauen, was Leute hier schreiben. Wann kommt tschetschensches Bückenklimm zu Walkout-Tutorial? Bruder, wann du willst. Cringe, Crap, Cringe, Cringe. Müll. Inhaltlich geil. Haram Show. Na, Bro. Zu viel Depri. Crap. Free Synanji. Free Synanji. Ich habe nur einen Kommentar gelesen. Leute denken so, ich meine irgendwas. Ich meine nichts, Bruder. Es interessiert mich nicht. Ich kenne den Jungs. Es ist halt, Bruder, schau mal. Es ist halt wirklich so. Es ist halt so. Es ist Saikum so. Schau, stell dir vor, ich mache es vorbei. 19 Mal. Egal, wie du mich liebst, Bruder. Egal, Bruder. Schau, wir sind durch dick und dünn gegangen. Bruder, es gab Situationen. Wir waren eins gegen eins gegen Leute mit Macheten und so. Bruder, es gab schon alles. Es gab alles. Trotzdem, wenn du mich beim 19. Mal nicht wegcringst, sage ich dir selber, Bruder, was ist falsch mit dir? Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich es sagen soll oder ob ich es nicht sagen soll. Sag es nicht. Lass mich den Bösen sein. Ich bin der Schlechte. Nein, das ist nichts Böses, was ich sage. Ähnlich, ja, aber Leute denken dann immer, du meinst was Böses. Nein, ich meine, das ist was Schönes eigentlich. Okay, sag. Söhle. Guck mal. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Guck mal, ich bin Samra-Fan. Ja. Wallah, ich bin Samra-Fan. Ja. Wallah, billah, ich bin Samra-Fan seit erster Track. Ja, ich auch. Er ist stark. Er ist stark, 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 stark. Aber, guck mal, dieses Lied zum Beispiel. Jetzt kommt gestern mein Stiefsohn aus dem Zimmer raus und rappt dieses Lied. Erster gibt es Samra-Fan. Ja. Und ich weiß ja, guck mal, ich weiß ja, was er will. Er will diesen verwegenen Superstar machen, der alles hat, aber eins nicht, sie. Ja. Oder diesen Hussur halt. Ja, ja. Er macht auf. Nein, nein, er hat sie, aber er hat sie nicht, weil er es nicht schafft, gut für sich zu sein. Ha. Ja. So, und diese Kreatur, die er erschaffen hat in der Öffentlichkeit, ist eigentlich eine geile, aber es ist ein bisschen, es ist ein bisschen too much. Dieser Kokain, Teledin, Alkfilm, es ist ein bisschen. Am Anfang war es sogar cool, so, sogar als ein Nicht-Kochain-Konsument. Ein bisschen. Ja. Aber es ist ein bisschen too much, weil, so, es ist zu viel. Bruder, selbst wenn du auf einem Album neunmal darüber rappen wirst, wie hart die Straße ist, habe ich auch keinen Bock mehr, deine Songs zu hören. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, und das Ding ist, ich habe es ihm auch gesagt, ich sage, ja Habibi, ja Samrush, ja Habibi, Albi, oh Allah, inti ahla, alam inti ahla. Ich glaube, die nehmen das sogar böse auf, obwohl es gar nicht böse ist. Nein, ich meine, ich meine es gut. Ja. Ich meine es gut. Ich mache jetzt hier, ich bin jetzt hier kein Jugendbearbeiter, so, weiß ich meine. Warst du ehrlich, was machen wir hier? Ja. Hey, du hast doch Peders geirkt. Ja, okay. Aber das Ding ist so, es ist halt, es ist schade, es ist schade, weil er so ein Talent ist. Er hat Talent, er kann so viel, er kann so viel machen. Ich will, dass er, ich will, dass er macht, ich will, dass er macht. Ja. Ich will, dass er über das, was er erschaffen hat, da ist noch so viel Luft nach oben. Und ich will, dass er da rüber wächst. Ja. Also, Arf Zahmlosch. Das stimmt, ja. Und in dem Sinne, Like ist auf jeden Fall von mir am Start, Bro. Dieser Heikon sagt dem Bosse. Als nächstes haben wir Raiz mit dem Track Semain Imama. Uuuuh.